Erzählt ihr euch Witze? Ich liebe Witze. Na schön, dann wird dir der sicher gefallen. Also, warum haben Frauen einen Busen? Damit man was zu stieren hat, wenn man mit ihnen redet. Damit man was zu stieren hat, wenn man mit ihnen redet. Damit man was... Ach, Sie wollten mich sprechen, Mr. Weed? Peter, es gibt ein Problem. Mr. Griffin, ich bin Gloria Ironbox. Ich vertrete eine ihrer Mitarbeiterinnen, Sarah Bennett. Sie verklagt sie und die Firma wegen sexueller Belästigung. Sarah, Sarah, nicht, dass ich... Oh, ist das die, die wir beim Scheißen gefilmt haben? Was ist denn passiert?